In diesem Video erkläre ich euch den Aufbau und die Funktion der wichtigsten Zellbestandteile und Zellorganellen. Wir haben eine tierische und eine pflanzliche Zelle. Die pflanzliche Zelle ist umgeben von der Zellwand. Unterhalb der Zellwand liegt direkt die Zellmembran, die tierische Zelle hat nur eine Zellmembran. Die Zellmembran wird auch als Plasmalemma, Plasmamembran oder Zytomembran bezeichnet. Die Zellwand besteht zum größten Teil aus Zellulose, wirkt dem Druck der Vakuole entgegen, also die Vakuole als größtes Zellorganell, drückt von innen nach außen. Und die Zellwand als stabile Struktur wirkt eben diesem Druck entgegen und so bleibt die Zelle stabil. Mehrere stabile aufeinander gelagerte, gestapelte Zellen können eine ganze Pflanze aufbauen, deswegen hat eine Pflanze kein Skelett. Wir Menschen, wir Tiere brauchen alle ein Skelett, sonst würden wir schlichtweg zusammenfallen, da wir keine Zellwände haben. Pflanzen haben eben diese stabilen Zellwände und auch den Druck der Vakuole von innen, deswegen ist die Pflanze an sich stabil. Außerdem gibt die Zellwand der Pflanzenzelle ihre charakteristische Form. Die Zellmembran bestehen alle aus einer sogenannten Lipid-Doppelschicht und die Zellmembran enthält sogenannte Tunnelproteine oder auch Ionenkanäle. Und das sind einfach Verbindungen, mit denen die Zelle mit ihrer Umgebung kommunizieren kann. Also dürfte es nicht als feste Struktur vorstellen, sondern das Ganze ist durchlässig und darüber kann dann eben die Zelle mit ihrer Nachbarzellen bzw. auch mit dem Interzellularraum kommunizieren bzw. hier kann ein Stoffaustausch stattfinden. Kommen wir als nächstes zum sogenannten Zytoplasma, das wird auch Zellplasma oder Zellflüssigkeit genannt. Das befindet sich sowohl in der pflanzlichen als auch in der tierischen Zelle. Der Hauptbestandteil ist Wasser, dazu kommen noch Ionen, Kohlenhydrate, Aminosäuren, Coenzyme und ganz ganz viele weitere Stoffe. Und damit ist das Zytoplasma ein ganz wichtiger Ort für Stoffwechselvorgänge, wie zum Beispiel die Glykolyse. Dann kommen wir zum Zellkern. Der Zellkern wird auch als Nukleus oder Karion bezeichnet. Der Zellkern ist dann als kugelförmig und wird umgeben von einer sogenannten Doppelmembran, die den Zellkern vom Zytoplasma abgrenzt. Diese Doppelmembran wird auch als Kernhülle oder Kernmembran bezeichnet. Auch der Zellkern hat eine Verbindung nach außen zum Zytoplasma über sogenannte Kernporen. Das sind einfach so kleine Lücken in der Kernmembran. Weiter befinden sich im Zellkern die Chromosomen, die die DNA, sprich die Erbinformationen erhalten. Ihr seht, im Gegensatz zum Bakterienchromosom sind die Chromosomen hier nicht ringförmig. Bakterien haben ringförmige Chromosomen. Höhere Zellen, die eukaryotischen Zellen, haben so x-förmige Chromosomen. Und im Zellkern ist noch das sogenannte Nukleolus, auch als Kernkörperchen bezeichnet. Und hier werden die Ribosome gebildet. Ganz wichtig, der Zellkern an sich wird auch als Nukleus bezeichnet. Das Kernkörperchen als Nukleolus. Ich weiß ähnliche Begriffe, aber passt ein bisschen auf, dass ihr die nicht verwechselt. Machen wir weiter, kommen wir zu den Ribosomen. Es gibt so eine freie Ribosome, die liegen einfach frei im Zytoplasma. Und Ribosome, die am endoplasmatischen Reticulum liegen. Die Ribosome sind wichtig, denn hier findet die sogenannte Protein-Biosynthese statt. Das heißt, Proteine, sprich Eiweiße, die die Zelle zum Leben braucht, werden hier gebildet. Es gibt so eine 70S-Ribosome, die kommen in Prokaryoten vor. Und 80S-Ribosome, die kommen in Eukaryoten vor. Das heißt, dieses S, S steht für die sogenannte Fettbergeinheit. Das ist so eine Einheit für die Absetzgeschwindigkeit in der Ultrazentrifuge. 70S-Ribosome sind ein bisschen kleiner, deswegen setzen sie sich nicht so schnell ab. 80S-Ribosome ein bisschen größer, deswegen setzen sie sich schneller ab. Wie merkt ihr euch das jetzt, dieses 70S-Ribosome in den Prokaryoten? Naja, ganz einfach, auf welchem Sender kommen die Simpsons? Auf Pro 7. Pro steht für Prokaryot, 7 für 70 und Simpsons eben für das S. Deswegen kommen die 70S-Ribosome nur in den Prokaryoten vor. Okay, ich weiß, ein bisschen viel Blödsinn, aber ich glaube, so kann man es sich ganz gut merken. Machen wir weiter und kommen wir zum endoplasmatischen Reticulum. Es gibt das sogenannte glatte endoplasmatische Reticulum. Das glatte ER, an dem befinden sich keine Ribosomen. Und es gibt ein raues endoplasmatisches Reticulum, das raue ER, und an dem befinden sich eben Ribosomen. Und das ER ist ein System aus Bläschen und Kanälchen, seht ihr ja hier, das dann eben die ganze Zelle durchzieht. Und die Proteine, die an den Ribosomen des rauen ER gebildet werden, gelangen damit direkt ins ER, werden dort weiterverarbeitet und transportiert. Also damit ist das ER so eine Stoffautobahn innerhalb der Zelle. Und ein Teil der Ribosome, die Proteine bilden, beziehungsweise ein Teil der Proteine, die in den Ribosomen gebildet wurden, werden dann in die Membran des ER eingebaut. Also so werden dann praktisch Proteine hergestellt, die direkt in die Membran eingebaut werden können. Also merkt euch, im ER werden die Proteine weiterverarbeitet und transportiert, die in den Ribosomen hergestellt werden. Machen wir weiter, kommen wir zum nächsten wichtigen Zellorganell, so ein Dicktyosom, beziehungsweise so ein Golgi-Apparat. Ihr seht, das sind so einzelne Stapel, die sind ein bisschen aus wie Pfannkuchen. Und diese einzelnen Stapel werden als Dicktyosome bezeichnet und die Gesamtheit der Dicktyosome bildet eben den Golgi-Apparat. Also sprich, Dicktyosom und Golgi-Apparat sind das gleiche Zellorganell. Wofür ist das Ganze da? Naja, wir haben ja gesagt, an den Ribosomen werden Proteine gebildet. Diese gelangen ins ER. Wie gesagt, ER ist so eine Art Stoffautobahn. Dort werden die Proteine weiter verschifft in der Zelle und auch noch ein bisschen weiterverarbeitet. Und jetzt werden diese Proteine in sogenannte Vesikel verpackt. Das ist jetzt ganz wichtig. Und diese Vesikel gelangen dann vom ER zum Golgi-Apparat und dort werden die Proteine noch mal weiterverarbeitet. Und vor allem werden hier Zuckerketten hingehängt an diese Proteine. Und man spricht von Glykosiliert. Also sprich, im Golgi-Apparat werden die Proteine, die für den Einbau in die Zelle notwendig sind, erst da wirklich fertiggestellt. Okay. Also wie ganz wichtig, am Golgi-Apparat werden Zuckerketten an die Proteine hingehängt. Und man spricht von Glykosiliert. Machen wir weiter. Kommen wir zum nächsten wichtigen Zellorganell, dem sogenannten Mitochondrium. Das Mitochondrium ist von einer doppelten Membran umgeben. Und hier findet die Zellatmung statt, sprich die Energiegewinnung. Ohne Mitochondrien wäre im Prinzip für eukaryotische Zellen kein Leben möglich. Denn die produzieren tatsächlich die eigentliche Energie. Damit werden sie auch als Kraftwerke der Zelle bezeichnet. Und ganz wichtig, Mitochondrien besitzen ihre eigene DNA und vermehren sich durch Zellteilung. Sprich, in eukaryotischen Zellen haben wir ein Zellorganell, die Mitochondrien, die selbst nochmal DNA besitzen und sich auch selbst teilen, also selbst vermehren können. Gut, kommen wir zum nächsten ähnlichen Zellorganell. Auch das wichtig für die Energiegewinnung zu den Plastiden. Die Plastiden kommen nur in Pflanzenzellen vor. Und zu den Plastiden gehören die sogenannten Chloroplasten, die Chromoplasten und die Leukoplasten. Wir werden uns nur mit den Chloroplasten genauer beschäftigen. Denn Plastide sind einmal von einer Doppelmembran und umhüllt okay. Sie vermehren sich ebenfalls durch Teilung. Ähnlich wie die Mitochondrien haben sie auch eine eigene DNA und teilen sich somit selbstständig in einer bestehenden Zelle. Und ganz wichtig, die Chloroplasten enthalten eben das Chlorophyll. Das Chlorophyll ist der grüne Blattfarbstoff, also deswegen sind alle Blätter grün. Und das Chlorophyll ist auch der Ort, an dem die Photosynthese stattfindet. Also diese Zellorganellen sind die wichtigsten Strukturen für Pflanzen überhaupt in Bezug auf die Photosynthese. Denn ohne die könnte eine Pflanze keine Photosynthese betreiben und dann wird eine Pflanze schlichtweg sterben. Denn ihr wisst, die Photosynthese ist der wichtige Stoffwechsel der Pflanzen. Und ich würde sagen, das Video zur Photosynthese verlinke ich euch hier oben mal. Gut, machen wir weiter. Die Chloroplasten, sprich die Plastiden, kommen nur in pflanzlichen Zellen vor, nicht in den Zellen von Tieren und Pilzen. Schauen wir, wie es weitergeht. Und wir brauchen als nächstes das größte Zellorganell der Pflanzenzelle, die Bakuole. Wir haben ja schon geklärt, dass die Bakuole den Druck aufbaut. Und dieser Druck drückt dann gegen die Zellwand und stabilisiert so die Zelle. In den meisten Abbildungen von pflanzlichen Zellen wird die Bakuole immer viel zu klein dargestellt. Also die ist wirklich absolut riesig, füllt im Prinzip nahezu die komplette Zelle aus. Und man zeichnet die einfach immer ein bisschen kleiner. Einfach deswegen, weil man sonst die ganzen anderen Zellorganellen nicht mehr einzeichnen könnte. Und da man die ja auch nur irgendwie zeigen muss, deswegen wird die immer so ein bisschen zu klein gezeichnet. Wenn man pflanzliche Zelle mal mikroskopiert, dann sieht man, wie groß diese Bakuole eigentlich ist. Und da erkennt man eigentlich nur zwei Zellorganellen, eben die Bakuole und den Zellkern noch. Okay, weiter werden in der Bakuole ganz viele Abfallstoffe eingelagert. Tiere haben den Vorteil, sie haben ein Verdauungssystem, sie haben ein After, um Abfallstoffe loszuwerden. Pflanzen haben das nicht. Deshalb werden die Abfallstoffe in die Bakuole eingelagert. Und dort bleiben sie einfach, bis das ganze Blatt stirbt. Sprich, im Herbst werfen die Pflanzen ihre Blätter ab. Damit fallen auch die Abfallstoffe zu Boden, die in der Bakuole gespeichert sind. Und so wehrt die Pflanze ihre Abfallstoffe los. Kommen wir noch zu einem weiteren wichtigen Zellorganell, zu den sogenannten Lysosomen. Die Lysosome enthalten ganz viele Verdauungsenzyme und sind damit so ein bisschen die Mülleimer, die Müllabfuhr der Zelle. Denn hier werden ganz wichtige Verdauungsenzyme hergestellt. Und Stoffe, die einfach keinen Wert mehr haben, bzw. Strukturen, die keinen Wert mehr haben, werden verdaut. Deswegen spielen sie bei der intrazellulären Verdauung eine ganz wichtige Rolle. Und werden damit immer so ein bisschen als in Anführungszeichen zellulärer Magen bezeichnet. Okay, ähnlich auch die sogenannten Peroxysome oder Peroxysome. Also einmal schreibt man es mit I, einmal mit Y. Beide Schreibweisen sind korrekt. Und die helfen beim Entgiften der Zelle, denn die haben zwei wichtige Enzyme. Einmal die sogenannte Katalase und die Peroxidase. Die Katalase wandelt das Zellgift H2O2, sprich Wasserstoffperoxid, in Wasser und Sauerstoff um. Und dazu werden wir auch noch einen Versuch machen, dass ihr euch das Ganze ein bisschen besser vorstellen könnt. Die Peroxidase ähnlich, auch die wandelt das Zellgift H2O2, sprich Wasserstoffperoxid, und eben andere Stoffe um in Wasser und eben diese Reststoffe. Sodass dann praktisch die Zellgifte verschwinden, die Zellgifte katalysiert werden zu ungiftigen Stoffen, wie beispielsweise Wasser. Okay, damit sind wir am Ende von allen Zellorganellen. Wir können uns alle Zellkompatimente, beziehungsweise Zellorganellen und alle sonstigen weitere Zellbestandteile noch mal genauer in der Mindmap anschauen. Geordnet nach ihren Membranen, denn es gibt Zellorganellen mit einer doppelten Membran. Hierzu gehören drei Stück. Einmal der Zellkern, die Mitochondrien und die Plastiden. Dann haben wir Zellorganellen mit einer einfachen Membran. Hierzu gehört das endoplasmatische Reticulum, die Vakuole, die Peroxysom, die Lysosom und der Golgi-Apparat. Und dann haben wir selbstverständlich noch Zellorganellen ohne Membran. Und hierzu gehören die Ribosomen, die Zentriolen und der Nukleolus. Die Zentriolen haben wir jetzt hier noch gar nicht genauer behandelt. Und die Zentriolen finden sich nur in tierischen Zellen. Die werden immer so ein bisschen sternförmig gezeichnet. Und sind ganz wichtig, um den Spindelapparat auszubilden bei der Mitose. So, der Nukleolus, haben wir schon geklärt, befindet sich nur im Zellkern. Deswegen habe ich jetzt noch so eine kleine gestrichelte Linie dazwischen eingezeichnet. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen viel Information auf einmal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr was gelernt habt in dem Video, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten macht's gut und vor allem bleibt gesund. Vielen Dank.